Grüß euch, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen... Die Gurke ist unendlich entwässernd. Also, morgens sich als erstes so eine Gurke durch den Entsafter zu schieben, ist schon wunderbar. Sorry, warte. Kennt ihr das? Ihr wollt einfach bloß eine Runde daddeln? Und da gibt's so Tage, wo einfach überhaupt nichts läuft? Ich hatte gestern so einen Tag und wollte für euch eigentlich noch ein Video aufnehmen, wo ich euch ein Wurst und die neue Waffe zeige, die Take 9. Wollt ja so klassisch ein Video machen, ihr kennt das Ganze. Doch davon hat nichts geklappt. Und das ist noch milder ausgedrückt. Also entschuldige ich mich jetzt schon mal für das Folgende, was passiert. Bitte nehmt's mit Humor. Dies dient nur zu Unterhaltungszwecken, okay? Ich hatte einfach keinen guten Tag. Triggered hot. Das war so klar, du dummes Stück Sch***, Alter. Es ist zu kotzen, die K***er. Es ist der Nackte. Kotzt mich an! Ich hab nicht einen einzigen Abschuss, wo ich entweder keine Gegner finde und wenn ich da mal einen finde, dann kommt der irgendwie von hinten wie so ein übelster A***** und ballert mir die Hufe weg. 25 übrig hat er gar nichts ingekriegt hier. Wo denn? Da oben! Der Camping! Campt der da oben rum wie so ein A*****? Jetzt reicht's. Jetzt brauch ich wieder Geld für das Loadout und es ist hier nichts am Start. Es lohnt sich gar nicht mehr alles. Ist nicht euer Ernst hier alles? Das Spiel ist manchmal verflucht. Verflucht Scheiße. Ja, genau da, wo ich die Weste anziehen will. Ich komm immer noch, ich komm immer noch zurück ins Spiel. Hallo? Na klar. Wo denn? Und warum vor allem? Zieh doch nicht immer die Weste an, wenn ich schießen will. Dann brich's doch ab. Kann's jetzt mal einfach losgehen, bitte. So, kann ich jetzt mal hier bitte was aufnehmen? Hab doch keine Zahl. Das rankt besser und das ist schon schlecht. Komm immer her, herr, herr, das Zeug, presst er ein. Gibt's auch noch eine Nase? Der Moment ist gleich gekommen, wo der Deinstallier-Button wieder am Start ist. Komm ich denn heute irgendwie mal dazu, irgendwie ins Spiel mal reinzukommen? Ist so einer dieser Tage. Das soll's nicht sein, oder was? Hier ist doch einer. Danke. Komm ich jetzt, darf ich jetzt mitspielen ein bisschen? So ein bisschen. Ich will ja gar nicht gewinnen, oder so. Ich will einfach noch ein bisschen spielen, mal so. Den einen oder anderen kill machen, ein bisschen ein bisschen freuen. Ich geb's ja schon auf, das Video zu machen, wie ich's eigentlich machen wollte. Dass ich eigentlich nur Waffen zeigen wollte. Das wird heute eh nix mehr. Das Gefühl hier ist ja, hier sind ja alle da. Von Schwitzern bis Abtrocknern. Guck mal, da ist Jeffrey. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich will... Oh, es ist ein Loadout. Mann. Da ist er, der Arsch. Ach, ich komm noch mal zu... Ich dachte, das war's schon. So, das Loadout, das ist mir heute einfach nicht vergönnt. Also, ich hab's ja schon zwischendurch gehabt, aber halt immer nur kurz. Und dann kam Kurt. Ey, ihr habt voll aus einer Birne gezimmert. Was wollt ihr noch von mir? Echt. Was ist denn heute hier los? Und der schafft es nicht einmal auf meinen Kopf. Der schießt mir einfach einen Spaß. Dann wurde es ein bisschen besser. Ein bisschen. Und wieder zurück. Lass mich hier rein. Ich bin's. Maggie Fletcher. Jetzt haut der ab. So, jetzt hier haben wir mal. Zumal ich schlicht im Start hier, Leute. Nee. Seh ich nicht ein. Seh ich nicht ein. Lass mich in Ruhe. Sag doch, das sehe ich nicht ein manchmal. Ist auch mal gut. Was hat denn der hier eigentlich? Kastorf und... Oh, die, die ich freigespielt hab. So, PDSB. Heiler Re, Heiler Ranger. Jetzt geht's jetzt sogar noch zum Finale. Und das bei den schlechten Runden hier. So eine frische Gasmaske hier. Oh, nee. Schade. Das bräuchte ich nämlich jetzt. Fällt mir grad so auf. Lass die mal ballern und ich gehe hier weiter. So eine frische Gasmaske wäre schon geil. Jetzt ist schon das Gefühl, dass das Witzige alles wieder wett. Und es macht wieder Spaß. Aber es hört gleich wieder auf. Keine Angst. Wo ist denn der? Ach, zwei. Wir sind die Letzten. Ist ja schön. Für Finale hier oder was? Wo bist du? Wo bitte, Kiste? Nein, falsche Waffe. Danke. Wo ist er denn? Ah. Wo denn? Also auf Rebirth hat überhaupt nichts hingehaut. Da dachte ich mir, okay, probierst dein Glück nochmal in Ranked. Und ja. Wo gehen wir heute? Ach, sind wir alle massere. Okay, du willst ein Hydro? Ihr wollt ein Hydro? Okay. Dann tun wir das. Auch wenn ich glaube, das wird nicht gut ausgehen. Wir mussten ja noch keine SR-Punkte investieren. Das müssen wir dann später in den Höhenringen machen. Wir mussten dann so SR-Punkte investieren, damit man überhaupt mitspielen kann. Und dann kann man natürlich auch was verlieren. Ist klar. Aber das finde ich eine ganz gute Lösung. Besser als, wenn man einfach nur noch campen müsste, die ganze Zeit und gar nichts machen muss eigentlich. Ach, das ist ein Gegner. Mensch. Das ist einer von meinen Jungs, der mir hinterherläuft. Hier muss doch irgendwo einer sein. Ich höre doch alle ganze Zeit irgendwas watscheln. Na klar. Zwei Mann. Wir sind immer wieder hier, wenn man kennt das ganze Spiel, ne? Und ich muss warten. Ich bin als nächstes dran. Wurde ich sagen, gewinnen wir mal hier, oder? Was sagt ihr? Maul zu weit aufgerissen. Ich war schon ein bisschen aufgeregt. Was ist jetzt mit dem anderen? Der ist noch da. Okay, cool. Ist das schon irgendwo ein Loadout? Ne. Ich gehe mit zum Mage hier. Der hat bestimmt auch noch eine Materie. Tja, er weiß ganz genau, wo es lang geht hier. Guten Tag. Wie sieht es denn aus? Mal hier zur nächsten Kiste irgendwo. Kommst du mit? Kommst du? Was machst du denn? Wir müssen mal unsere Mage kaufen. Kommst du mal bitte? Der ist ja immer noch nicht in der Mähake gekommen. Der ist ja immer noch dort und steht dort rum. Komm, ich bin selber halt frei. Es ist nur ein paar Euros. Brauche ich noch. Ein paar Dollar bloß. Der steht immer noch dort hinten rum. Oh, das ist echt ernst. So, jetzt kann ich den Kollegen erstmal wiederholen. Kommt der wenigstens mit zum... Jetzt kommt er. Jetzt kommt der Blaue. Ja, jetzt musst du nicht mehr ums Geld ausgeben, Geld. Da kommst du oder was? So, was haben wir denn noch? Nicht. Hier. Kauf mal Loadout, bitte. Äh. Loadout. Ich hab dich schnell zu voll. Ich gehe jetzt. Geh jetzt einfach. Das Spiel, das trollt mich heute komplett. Das ist nicht mehr normal. Tschüss, das Loadout. Jetzt bin ich natürlich alleine. Du bist der Letzte aus deinem Trupp. Beende den Job. Hm. Natürlich. Gebe ich jetzt wieder mein Geld aus dem, zurückzuholen? Warum auch nicht? Wir haben es ja, ne? Gehe ich wieder zu der Kiste? Ja! Du brauchst... Als... Als ob du pingen musst! Bis zum nächsten Mal.